Ich habe in den letzten Wochen wieder viel über Musik gelernt. Schnöde ist... Na, Schnöde heißt auch so wie wie... langweilig. Schnöde klingt ein bisschen wie öde. Also der Born ist schon mal was Positives. Vielleicht wie so eine Art Schutz. E-Born. Eine Quelle. Aber was ist mein Panier? Ist Panier sowas wie Schutz? Wie eine Waffe? Ja. Verteidigung. So eine Art Messer oder Schwert. Ritter. Paniermehl. Nee, Paniermehl ist das nicht, sondern das ist so ein Feldzeichen. Und wir hatten eine Menge Spaß zusammen. Ich habe Angst vor ihm, Herr Panzertäter. Sieht schon so aus wie so ein Verhör mit dieser Lampe. Das ist ganz anders. Scheiße. Aber mich hat auch eine nachdenkliche Nachricht unter einem unserer Videos erreicht. Vergesst die Alten und Einsamen in den Heimen nicht. Ihnen haben wir so viel zu verdanken. Vielleicht kennst auch du jemanden. Jemanden, der sich über einen Besuch freuen würde. Über einen Anruf. Oder über ein Lied, das du zusammen mit anderen Jugendlichen vorsingst. Weihnachten heißt, dass Gott uns ein Geschenk macht. Vielleicht kannst du jetzt auch jemanden ein Geschenk machen. clockst给sse ich постоянно. Also Dir hat mir gedacht. Schacht. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020